Jugendwehr am 30.04.1976 war unsere freiwillige Feuerwehr Trittau schon damals ganz vorne mit dabei. Es war die siebte Jugendwehr im Kreis Stormann. Heute haben die meisten Feuerwehren bei uns im Kreis eine Jugendwehr. Mittlerweile sind es 36 an der Zahl. 21 Jugendliche waren es damals und einige von ihnen sind heute als gestandene Mannsbilder auch unter uns. Dass es eine richtige und weise Entscheidung unserer Altvorderen vor 40 Jahren war, eine Jugendwehr zu gründen, zeigt sich an euch, liebe Jugendwehr und der tollen Truppe, die ihr seid. Das kann ich aus eigener Anschauung wirklich sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 nachdem im Kreis Stolten